Ladies and Gentlemen, Willkommen zu einer weiteren Runde bei der Fantasy X HD Remaster. Zuerst werdet ihr euch jetzt bestimmt wundern, wo zum Teufel bist du jetzt? Ich bin genau ein Bildschirm weiter. Ich hatte heute schon etwas weiter gemacht, genau vom letzten Standpunkt, wo ihr wart. Und dank des wundervollen Autospeicherns bin ich jetzt hier gelandet. War noch unterwegs, war gerade im Kampf, ich kann nicht da schon ein bisschen weiterlaufen. War gerade im Kampf und ich denke nur so, okay, jetzt nur noch einen Blitz draufklüppeln und das war's. Und in dem Moment ist während uns ein Gewitter und wir haben einen Direktstromausfall und die Folge ist kaputt, ich hoffe, normal. Und da hier der letzte Autospeicherstand war, könnt ihr euch vorstellen, wo er... was passiert ist, ja. Also, damit sitzen wir jetzt hier rum. So, ich hoffe, dass jetzt aber auch wieder bei mir alles in Ordnung ist. Ich konnte euch halt mal das Wasser zeigen. Ja, dann landet du mal schwimmen. Okay, Teelots brauchen wir noch. Zack, easy going. Eine Schockwille. Kimari brauchen wir noch. Le Kimari Ronso. Und Auron brauchen wir auch noch. Ja, das hat mich jetzt ein bisschen sehr geärgert mit der Aufnahme, dass sie kaputt gegangen ist. Kann ich aber nichts machen. Äh, Yuna bräuchten wir für das Beten, damit die schnell an ihre Ekstase-Technik kommt. Aber ich glaube, das sollte dann kein Thema sein. Da werden wir schon noch anfangen. Oh, schöner Kred. Was ihr eigentlich nur so verpasst habt, eigentlich nur so zwei, drei Kämpfe. Und ich war dann einfach nur noch da. Oh, super. Super. Ein tolles Vernichten. Nur noch ein paar Kämpfe und zwei, drei Items. Also wirklich nichts Besonderes. Okay. Dann schauen wir nochmal, was hier ist. Oh. Hier können wir feischern. Das tun wir jetzt auch hier nochmal. So, was ist mit euch beiden los? Oh. Oh, da ist ein bisschen Krach. No. Kata, Gata deserves better. At least there's no chance he'll get hurt. Why are you guys fighting anyway? Aren't the almighty Albed machina enough? They still need some time to get them ready. Our job is to keep sin at bay till they're done. was ist mit waka los was ist jetzt los i'm the one who convinced him to enlist i'm sorry waka waka when we used to play blitz together chapu used to say he said that when we won the cup yeah he proposed to lulu and then one day he goes off and becomes a crusader just like that chapu also said to me that being with your girl is good but keeping sin far away from her is better lu luzu luzu told me before we left she hit me too all crusaders in the vanguard are to assemble on the beach that's my cue luzu don't die out there so you can hit me more lots lots more su luzu please please don't go i have to yuna let him go you the man has already chosen his path as you did when you became a summoner it would be a long time before i ever really understood the reason why yuna let luzu pass that day ok we should really know why yuna had to leave we should really know why yuna had to leave i can just recommend ok but i think the reaction of the walker can you understand that he has woken and passed my mind or is that right the wrong walker the wrong walker you can beat me with the lulu we can beat me here with the lulu with the lulu we can beat me here with the lulu we can beat me here with the fongoongo oh my man walker it's really bad so we can beat me I can beat you but I can beat you it's enough to be able to that ice never so we are here at the a a a a a a bezeichnet eine kleine runde also manchmal ist es echt einfach nur noch einen krampf hier zu bewegen ja kann man kraft lieber lernen ok aber mit dir als schöne frau gehen wir jetzt mal hier hin und dann nennst du nicht mal eisrar und blitzrar so damit ist die rar-generation schon fertig oh du kriegst noch ein bisschen mehr hp rocker ich kann mich gleich hier positionieren einmal mehr hp kann man nimmer gebrauchen bisschen magie ich weiß echt nicht wofür du magie brauchst aber gut und reflex du kannst natürlich mehr mp brauchen mehr hast und so weiter und hp natürlich ich will grad schauen was haben wir noch an spiroiden haben wir noch auf moment was ist hier ah da ist der weg nein 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 ok dann gehen wir hier hin da kriegst du einmal mehr zauberpfeer und da du mir zu oft stürfst kriegst du jeden hp story bisschen mehr hp solltest du schon haben der bekommt einmal hier seinen magiebrecher also auch zauber werden stark dann geschlecht und geschick und das war es dann auch schon nur kurz hier aufrichten und dann geht es jetzt weiter dann dürften wir eigentlich auch schon jeden moment angekommen sein ich bin beim Hauptquartier der Mien Offensive ich bin ja echt mal gespannt was hier so abgehen wird ich kann mich nicht mehr genau erinnern was hier so passiert aber naja ich habe immer ein gutes Gefühl bei der Sache oh jede Menge Machina oh das gefällt dem Rocker ja ganz und gar nicht darauf hätte man kommen können ihn äh er hält wirklich sie ah ok das hat nichts kschul an ich habe einfach diese Sack religious contraptions da bin ich mir nicht so sicher ob das nur deswegen ist oh hier sind aber verdammt viele von diesen Machina dann schauen wir uns jetzt mal an wer alles hier ist ok aber jetzt wieder eine kleine Cutscene, was gibt es jetzt zu sehen oh da geht es aber schon alles her die Schuppen von Sin es wird nicht funktionieren es wird nicht funktionieren es könnte sein es könnte sein es könnte sein zu skütteln aber die Krusadern und die Albed haben die die besten zu schützen Hell sie wollen Wir wollen die Spira von Sinnen für immer. Und das ist auch das, was wir wollen, nicht wahr? Nicht wahr? Okay, okay. Aber ich glaube, die Mackinac sind schlecht. Sie sind für einen Grund. Frau Summoner, da bist du. Der Kommand-Center ist dort. Maester Keenock ist auch da. Maester Keenock, auch? Rimas Keenock? Noch einen, den wir kennenlernen? Weiß ich aber mal... na, nicht hier. Was ich mal gerade ganz gerne machen möchte. Ich möchte wieder auf die Wimaxer-Version wechseln. Ich weiß nicht. Irgendwie hat mir die ein bisschen besser gefallen. Könnte vielleicht dann liegen, dass sie ein neuer ist. Das ist mal was Abwechslung. Damit er weiter dauerhaft diese... die alte Musik gehört. Fast nur. Oh. Hier ist der Rocker. Ich glaube, das ist das letzte Mal, dass wir jetzt mit dem... Manopoli ist ein krank. Dinge sind verkauft, egal welcher Preis. Ups. Sorry. Ja, ich glaube, hier können wir jetzt das letzte Mal mit ihm kämpfen. Ah, Räschers... Sturmklinge... Oh, er ist stark. Ich schaue dann nur so drüber, ob da was Besonderes ist. Nicht wirklich. Alles klar. Einmal nur mal speichern. Oh, Götter. Götter, komm mal her. Just do what they say. It just won't be enough. Ganz ehrlich. Hier haben wir einen Wendepunkt. Was wir jetzt sagen, wird euch das bestimmen. Und ich sage, das stimmt nicht. Bleib hier, es ist besser. Das ist also Primo's Kinoch. Ich habe von Seymour gehört, aber ich wusste nicht, ob wir eigentlich treffen. Schön, zu sehen dich, Oran. 10 Jahre, oder? Was ist das? Das ist Wenn Kinoch, einer der vier Maestern von Yevon. Er führt die Krieger-Munker und auch die Crusader-Krusser. Alle Truppen bereit sind, um zu gehen, Herr. Gut. Entfernt. Herr. Herr. Sag mir, Oran, wo hast du in den letzten 10 Jahren gelehrt? Wir haben keine Zeit für das jetzt, oder? Dieser Plan wird nicht funktionieren. Du wirst das wissen. Wir lassen sie einfach ein bisschen länger denken. Was? Herr Kinoch? Oh, ja. Proceed. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Was hast du gemacht, und wo du? Ich habe eine Verwaltung, die ich für eine Freundin gemacht habe. Ich bin immer noch. Juste erzähl mir eine Sache. Hast du Zanarkand gesehen? Ich glaube, dass wir hier nicht verliehen. Es ist Zeit, am Ende. Wir müssen die Elbeid aufbauen, um die Arbeit zu beginnen. Die Fienden können durchlaufen. Dieses Ort ist nicht sicher. Sicher, dass du bereit bist, sich zu retten. Sag mir, wenn du bereit bist. Alles klar. Ich stelle mir jetzt nur eine Frage. Wiesel fragt hier Primoz Kinoch, ob Oralyn Zanarkand gesehen hat. Ich meine, es ist ja bekannt, dass... Ah, jetzt habe ich ihn schwimmen. Es ist ja bekannt, dass Sir Roska die stille Zeit gebracht hat. Und Oralyn war ja die Leibgarde. Also wieso sollte er nichts anerkend gesehen haben? Kannst du noch was sagen? Go to Yuna. Go to Yuna. Woops. Yuna? Ah, das kann man nachvollziehen. Ah, für ein Kampf bin ich nicht bereit. Ist hier noch etwas? Es ist noch kein Kampf. Es ist noch keine... Ah. Ich würde mich an den mal sprechen. Ansonsten ist hier niemand gekommen. Ah, oh Gott. Von denen hier werden wir noch so gut verstehen. Kimahui, was hast du dazu zu sagen? Okay, beruhigt es aber dann nicht mit uns. Gut, ich würde sagen, wenn wir bereit sind für die Offensive, wenn wir bereit sind, Sin entgegen zu treten, können wir jetzt die Folge beenden und das Ganze in der nächsten Folge antreten. Bis dahin. Es bleibt spannend, Leute. Houd rein.